Ist die Kreativität Ihrer Kinder einfach verschwunden? Sind Sie von den immer gleichen Malbüchern und Stiften gelangweilt? Damit ist es jetzt vorbei! Erwecken Sie mit Starlife Blowmarkers den Künstlern Ihren Kindern zum Leben. Der Fantasie wird freien Lauf gelassen, indem wunderschöne farbige Pustestiftbilder kreiert werden. Es ist so einfach. Farbe und Motiv der Schablone auswählen, auf das Papier legen, vorsichtig pusten und fertig! Das Meisterwerk kann aufgehangen werden. Stundenlanger Spaß für jeden ist garantiert und im Nu ist alles sauber. Starlife Blowmarkers enthält 13 Blowmarkers Pustestifte, 16 wiederverwendbare Schablonen mit unterschiedlichen Motiven, 40 Blätter weißes Papier und seine eigene Malstation, um beim Kreieren ganz praktisch die Stifte zu verstauen. Es ist so einfach zu verwenden, es macht Spaß, es ist kreativ, die Kinder sind damit vom Computer weg. Meine Tochter ist so viel kreativer geworden, seit sie mit Blowmarkers angefangen hat. Sie liebt es, ihre Wände sind jetzt mit verschiedenen Kunstwerken bedeckt, es macht definitiv eine Menge Spaß. Kreiere großartige Muster mit deinem eigenen Pustestift. Du kontrollierst den Luftstrom, ganz leicht für diese wunderschönen Blumenmuster und ganz stark für dieses unheimliche Unterwasserleben im tiefsten Ozean, wie mit einer Airbrushpistole. Teile deine Lieblingsbilder mit der Familie und mit Freunden. Der Spaß hört nie auf. Bist du es leid, an diesen dunklen und trüben Tagen zu Hause nichts zu tun zu haben? Kreiere einfach ein wenig Sonnenschein. Lade deine Freunde für eine Kunstausstellung ein. Der Familienspieleabend wird jetzt zum Familienkunstabend. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Die Möglichkeiten sind unendlich. Und nicht vergessen, Starlife Blowmarkers sind das ideale Geschenk für die Ferien, den Geburtstag oder eine besondere Gelegenheit. Leg Tablet und Spielekontroller weg und hol dir Starlife Blowmarkers, damit Kreativität und Spaß freie Bahn haben. Also, worauf wartest du noch? Einfach holen und ab zur Kasse!